die bauen jetzt los die bauen unten und gerade 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 macht euch leder was du nicht so ein gutes line-up warte ich safe gleich ihr seid vor ich versuche die einfach nur abzuhalten es ist so unnötig warum bei der jedes mal ist es nicht und stört das nicht ja trotzdem regt es mich auf jedes mal ein geld mehr ich habe hier noch ein gold ich habe hier noch ein gold ich habe hier noch ein kommt Achtung Achtung gewöckel er wird sind bei der doch noch zwei ich brauche ich brauche ich brauche aber egal ich bin mittel mit mittel ich stecke mich einfach hoch oder ich baue mich selber hoch dachte wir machen das mit diesen leitern achten unten läuft einer durch ich muss sagen wir machen es schon dir kommt einer auf den hinter euch Dominik macht den vollkuck in der Base ich bin gerade dabei er hat drei Leute Base einer unten in der Mitte alle vier Base ich bin vollkuck hat er einen Pinke für mich hier vorne Achtung Fiskal jetzt weg Egal das ist so eine infektion Oh mein Gott unten auch einer Achtung Achtung John John Ja ich kann keine Blöcke setzen weil der umgebracht hat da unten in der Mitte ist 20 Bronze sind in der Fiskal Mach direkt unten Ne ne da ist nichts drin Ich save ein Gold Ich save ein Gold Ich save ein Gold Versuche ich mir zu holen Soll ich in der Base bleiben jetzt oder? Ne 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 brauchst du nicht Ach Junge spam doch nicht Du machst mir keinen Schaden Kapierst du Mach gar nicht rein bei denen einer save durch Drizzle Ja ich kann halt nichts ich werde nur gespammt Dann drop 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 bevor du stirbst So viel zu Yo Digga Du machst mir doch keiner wasch Ja jemand muss Bogen umnehmen Ich hab ein Herz Ich hab den Saver down Nice nice Weiß nicht wie viel der Ja Drizzle probier mal hinten abzuschieben Ich kann nicht Du treff mich hier durch Hintuch Du holst einfach den scheiß OP weg Wer ist der Bogen Alter? Ähm Bisschen Höhe Wir haben einen Block Höhe Soll ich unten mal save? Die waren gut Die waren gut Die werden da oben den Bogen hinbringen Junge Gomme regt mich so auf Alter mit diesen scheiß Blöcken Er ist unten Ist schon unten den Bogen oder so? Es ist jedes Mal das safe Ich bin unten Hinten Ey Ja du sitzt oben dauernd hat keiner gesagt Mann Junge Junge wie mich das abfuckt mit Gomme Warum backen denn meine Blöcke weg? Wann kommt einer dich? Ich hab 4 CPS gehabt Ist doch egal jetzt Ist doch egal jetzt Ich bin Ich bin Junge wenn der noch Der oben ist low Der oben ist low Hast du nen Bogen? Habt ihr's down Geht's auch Ich hab 2 in der Paletten Bogen bei diesen ist da nur einer Der hat wahrscheinlich Bogen Der hat wahrscheinlich Bogen Der hat wahrscheinlich Bogen Nicht durch Das müssen wir nicht so viele reden Nicht durch Soll ich auch mit hoch? Keiner unten Der hat nen Bogen da Das ist n Bogen Einer unten geht Ne Dominic geh nach unten Geh nach unten Weil unten in der Mitte ist gleich einer Ich bin down Ich geh unten in der Mitte Ich geh unten in der Mitte Ich bin unten in der Mitte Es gab aber auch safe da Aber auch safe da Hier ich kann nichts machen Junge Ich hab 3 FPS wieder Ist doch egal Ist einer von uns Ist doch egal Ist einer von uns Einer ist Mitte Der ist Nicknack Das stormt dich weg Der Drizzle ist Base Ich bleib jetzt auf Ich bleib jetzt auf No hits Gib mir die Pascal Ich hab 4 Gold Ich hab 4 Gold Ich hab 4 Gold Jetzt nur noch der Bogen Junge Der nervt doch nicht scheiß Bogen Alter Außerdem warum bist du schon wieder in dem Clan Alter Habt ihr keine Sperre oder so Einer kommt Einer kommt Unten war's geil Einer kommt Achso einer Der ist auch die Körper Junge warum Blocken wir die Oh Ich hab 4 Gold Ich hab 4 Gold Jetzt nichts hier 1 Punkt 2 Ey John hinter dir kommt gleich auch noch einer Noch nicht noch nicht noch Ich geh hoch Ist jetzt Mitte Ich sag wenns gefährlich wird Junge Oh Hilsfans Ja ich bei Elfersuche ich eigentliche Der Bogen kann ich aber jetzt trocken oder Ja John Der ist jetzt oben in der Mitte Wir haben 6 Dex 6 Dex 6 Dex Bro Pass auf der Seite kommt Als ob Als ob Als ob Als ob Er schießt den Bro Er lebt noch Ja wir haben nicht mal ein Base Warum haben wir kein Base Junge Wie Wie Er hat mich nicht angeschaut Wo ist der denn Wo ist der denn Ich hab ihn erst da unten Ach nach oben ist der volle Krifter Ja der wird nicht zu sein Wo ist der breiter denn die breiteren Ist der unten da oben Der folgt bitte Jetzt ist auch der Bogen da Boah Leute Ja Okay Der Dursel ist alleine Base ne Ja ich bin auf dem Weg Ich bin Oh Junge Boah Warum hab ich ein halbes Herz Als wenn ich dadurch neun Herzen freude Man regt dich nicht über alles auf Dann Konzentrierst dich nicht Das weiß ich nicht Eigentlich ist Äh Dominik Du holst den ja Äh ich bin da Bleib da Dominik Bleib da Ja ich müsste einen unten mitbogen jetzt von euch ne Jo Kann ich mehr Hab den Boah den zerpinkeln Wir hätten oben gar nicht verloren Hätte einer Düssel was gesagt Ja ist doch egal jetzt Kommt Hinter mir ist noch einer ne Wir haben halt auch nur einen Spec Jonas Jetzt haben wir noch Willi Ja jetzt haben wir noch dich Aber eben war halt nur Jonas Ja Weil Titanheim verpflichtet Ja Es ist nur einer Base Dominik Knall den Es ist nur einer Base bei denen du Jetzt ist egal Ich bin richtig low gewesen Guck mal ey Weißt du ne Knick Ach schon 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 Weißt du ne Knick Riecht dich doch nicht auf man Doch Junge Ich spann dich gleich vom TS Was verstehst du denn daran nicht Es ist meistens nur einer Base bei denen du ne Jetzt sterben hier oben Jetzt grad eben ist wieder nur einer Base Ich geh jetzt unten hin mit Boah Achtung John John an diesem Turm der da vorne gebaut ist Da baust du da eben einer runter Der Bogen kommt jetzt vor Bist du mit dem Bogen schon unten? Ja Dann geh vielleicht doch auf Ich weiß die Plane ist Achtung John der Bogen ist gleich über dir Einer ist unten und der Mitte auch Da Rechts Ähm Schafft ihr das? Schafft ihr das? Alles aufm Weg Ja ja Stimmt Ich geh hoch mit Bogen Echt ne der Bogen ist oben bitte Der Bogen ist oben Achtung du hast ja der Bogen der ist Na na hab ich noch nicht hin Ne bleib ich hier oben Achtung Pistel Hier ist einer man war im Sektor Wieso trifft der mich hier hin? Ja hab zwei Herzen Und drei Base, einer oben Ich hab halt unten so 5-6 Blöcke im Missblief War es einer selber in letzter Zeit? Den hier Bogen Warte Der Bogen ist jetzt oben aufm Dach Und Gold ist Die wollen alle hinten hoch kommen Wie ist der Base für den? Ja alle Ehm Einen voller Krypte Und So Pascal heißt Der Spam die von hinten Genau Ich hier unten mit der ja Mit Eisenshirt und dann Pack Ich hab ne Ender Chess Und wo spammt der mich toll Haben wir schon ne Ender Chess? Hast du die hier dabei? Schade Ich hab eine dabei ja Soll ich eine für die Base machen? Ja ja Ihr müsst euren Weg breiter bauen Wir müssen den Bogen oben holen Ich hab ne Ender Chess gemacht Ja baut euren Weg breiter Weil die den einmal bis ins Bogen Dann haben die euch ne? Warum ist der Bogen? Und der Bogen? Ja weil der Bogen euch so jetzt auch Die ganze Zeit spammen kann Wenn ihr einen Ja weil ich bin hier unten Kommt nicht mehr in die Mitte rein Ja aber die anderen Leute von euch Kommt nicht mehr in die Mitte Der Bogen ist oben auf dem Dach ne? Wie viel Gold haben wir in der Base? Ehm Pascal schauen wir noch Wie viel Gold wir haben? Ehm Nochmal ein Ender Chess 8 Gold Wie ist denn Base? Einer? Einer kommt Pack mir die P rein Einer Base Einer Base Der läuft gerade Der läuft gerade in die Mitte Schnell EP rein Haben wir nicht genug Gold Ich hatte gerade 8 Gold in den Ender Chess Ey Drizzle Drizzle da kommt noch gleich von der anderen Seite Einer in die Mitte So jump jump Volk wieder EP ist drin ne? Einer 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 2 Leute oben 2 Leute in der Mitte oben und einer ist ganz oben Das wird schlecht, dass sie alle aus der Base gegangen sind immer irgendwie zu zweiten Ja sind die auch Nus Ehm Haben wir irgendwie die Mitte? Ehm 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 We haben die unten Ehm Ehm Soll ich mir nen Eisenschwert gleich machen? Ja mach Eisenschwert John nicht aus deren Base gehen, die sind alle oben, die können nichts machen. Die haben kein Gold, die haben alle nur eine begrenzte Crip halt. Ja, begrenzt Essen, begrenzt Black, alles begrenzt. Schlimm ist es, wenn die kein Essen mehr haben. Ich glaube, die haben alle nur so 4 Stück Essen oder so, weißt du, weil... Manche haben nicht cooles Texture Pack drin, Alter. Hast du eine Zone? Hast du Eisen, John? Hast du Eisen? Eins hab ich reingelegt. Jetzt ist noch eins drin. Ja, Drizit ist auch... Ja, die brauchen keine P-Wing, Leute. Ja, oben ist eine. Ja, da haben wir keine Blöcke mehr. Die können oben nichts haben, die haben keinen T-Wing. Essen ist drin. Hast du noch Blöcke, Drizit, oder was brauchst du? Äh, hier muss ich Essen. Aber Essen möchte ich, Essen hab ich. Ich kann den Gap reinmachen, wenn du willst. Ich hab hier, ich hab hier. Ja, ich hab's drin. Ja, ich hab's genommen. Ja, ich hab's drin. Wenn solche Energy sind, mach sich Eisenschwert, was auch immer. Ich mach mir gleich einfach, äh, den... die beste Brust, dass ich die Base verteidigen kann. Der oben hat keine Blöcke mehr. Weil... Oder ganz oben. Hier, hier, hier. Der ganz oben hat keine Blöcke mehr. Son... Ja. Aber der Farms... Kampf, frag mich, ob ich auf die Re-Mage war. Stärke Trank... Ja, ich bin nicht. Hier ist der Stärke Trank. Nimm einer Stärke Trank. Soll ich den in die Mitte nehmen? Ja, wenn du willst. Jo, Jumala kannst du schreiben. Ey, besser als wenn ich was mache. Ich hab, äh, bestes Equipment mit Eisenschwert in der Base. Oben, ganz oben. Ganz oben kommt der. Äh, Achtung wegen Corporate, ne? Ja, soll ich mir mal nen Bogen machen? Ja, ja, noch. Ich... Mh, Pascal geh mal zurück gleich. Ey, kann ich aufs... Kann ich aufs nachgehen? Bleib deinem Base. Einer down. Jumala schreib mal nie wie bei Trinity. Äh, Pascal, bleibt Equipment mit Base. Ich hab dem kein CT-Oil war Jumala und hat alles glüht. Nein, die können, die können nichts haben, eigentlich. Okay, gut. Ich hab 11 Gold gelootet. Der läuft wieder zurück. Ich kenn, die kann man nicht so hoch. Ich geh mal hinten hoch bei dir, ne? Ja, doch, du kommst hoch, du kommst hoch. Ja, aber ich komm nicht nach vorne so hoch. Der läuft, wie es wird mich, Leute. Wollen wir ein Rematch machen? Der, nee, 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 nee. Ich kann nichts machen. Ist das die, ist das die Queue? Ja, ja. Ja. Ich bin nicht mehr so auf. Ich bin nicht mehr so auf. Nick, 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 ist unten. Also, wir kriegen jetzt richtig viele von denen, ne? Ich hab ne runtergeschossen. Ja, wo bist du? Das hier, das hier, das hier. Woll frei. Dann er geht jetzt. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Schön. In der Mitte, in der Mitte, in der Mitte unten. Wo? In der Mitte unten jetzt, Flumex. Ja, das ist ja nice. Richtig gut gemacht. Schön. In der Mitte. In der Mitte. Was da? In der Mitte. Wenn das in der Mitte, in der Mitte. Und da, wo ist es nicht der Ende. In der Mitte unten. Da, wo ist es nicht der Ende?